Guten Morgen YouTube. Irgendwie fühle ich mich drei Kilo leichter, aber das macht nichts. Ich war ja auf dem Gathering in Hamburg und ich muss sagen, das war echt Knorke. Nun, viele Leute fragen sich, was macht man denn so auf einem Gathering? Nun, ja, ich kann sagen, dass man da viele nette Leute trifft. Jo, Katha Silvester, ein kurzer Gruß. Hi. Fisch. Jumbo Jakob, ein kurzer Gruß. Ich grüße alle, die zugucken. Ja. Ja. Und ich danke meiner Mutter und meinem Vater und ganz besonders meinen Eltern. Ja, ein kurzer Gruß. Ja, einen schönen Gruß hier. Anders, oder wie? Ich hab dich mit kurzem bei dir ausgemacht. Ja, gut. Danke sehr. Du kriegst die fünf Euro gleich. Frau, Kaffee, nur einen kurzen Gruß. Ja, einen schönen Gruß an alle und mich freut's, dass ich das zweite Mal jetzt dabei sein kann und hoffe, das wird richtig toll. Super, danke sehr. Ja, danke sehr. Bitte. Vanille-Kannickel. Ja. Eben hatten wir Katha Silvester, jetzt haben wir Vanille-Kannickel. Einen kurzen Gruß, bitte. Okay. Reicht? Ja, reicht. Wiesel, Max. Wow, wir sind hier voll der Zoo, ne? Ja, hier ist der Zoo. Deswegen auch einmal Gruß. Ein kurzer Gruß. Ja. Ein kurzer Gruß. Ja. Ein kurzer Gruß. Ja. Hallo YouTube, alle da draußen. Bleibt sauber. Sauft nicht so viel. Ja. Kamera, einen kurzen Gruß, bitte. Hallo. Hallo. Deine Freie Glotze. Bei meinem Arbeitsplatz. Hi. Viele Grüße von Deine Freie Glotze. Yeah. Deswegen sind ja fast alle Videos. Kaptur, einen kurzen Gruß, bitte. Servus. Was, Branny? Den Kerl, der einmal rumschießt. Super. Florian, einen kurzen Gruß, bitte. Ja, ich grüße alle und ja, alle grüßen und vor allem Thomas Gottschalk. Und schöne Grüße nach Wien und ja, und tschüss. Thomas Gottschalk. Und die dunkle Seite. Ich grüße die dunkle Seite. Die dunkle Seite. Ah, dann bist du ja ruhig. Das ist der echte Florian. Also, was anderes geht? Tony. Ja. Ein kurzer Gruß. Hallo. An wen? Ja. Alle. Hallo alle. Ja, hallo YouTuber, hallo Zuschauer, wie auch immer. Wenn du gestern nicht reingesprochen hast, hier in die Kamera auch irgendwas reinlabern. Man besucht chillige Orte? Wenn man das noch ein bisschen bearbeitet hätte, hätten wir eigentlich jetzt so, 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 so ein bisschen als Sicherheitskräfte aufziehen können und uns irgendwo durchführen können. Ist in schnittigen Restaurants schnittiges Essen? Ich hab' die Kuhn und mich auch mal nicht zu sagen. Ich hab' die Kuhn. Ich hab' die Kuhn. Das ist ja ein extra Kuhn. Nieslich. Oh, dann kann das sein, dass Flo eine, äh, was Al mir bestellt hat. Das wär' auch möglich. Flo, du sagst aber auch nie was. Man filmt sich gegenseitig. Man filmt sich gegenseitig. Da, ich zoome jetzt mal voll in die Linse rein. Äh. Tja, ist eine, eine, eine freie Glotze. Ist, äh, 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 Special-Effekt rotieren, äh, äh. Ist auf vollkommen fett fatalen Partys dabei. Hast du ein Mini-Ständer? Das, das meinst du jetzt nicht falsch, oder? Ach, nein. Gut. Ich mein' das ernst. Ja, mein, 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 mein. Ich glaube, hier wird mein, äh, Stativ, äh, gemeint. Ja. Nee, im Dieter. Genau. Stativ. Und vieles, vieles mehr. Auf jeden Fall fand ich's echt cool, dass ich neue Leute kennengelernt habe. Insbesondere wollte ich mich noch bei den Leuten bedanken, die ich auch noch wieder getroffen habe. Und an die Organisation. Tim, du warst spitze. Trotz des CSDs, der anscheinend sehr unsere Planung, oder beziehungsweise deine Planung ins Schwanken gebracht hat. Es war super. Und das will ich auf jeden Fall noch einmal wiederholen. Tschüss. Hat das noch nie gemacht, ja. Wusch. Du. Ach, irgendwo noch auf dem Krieg.